Geld, das war immer das Amen und der Anfang, wo man auch hinsah. Geld war Glück und Unglück. Geld war wirklich mit der Zeit für mich etwas geworden, wie ein Dämon, der das Leben beherrschte. Es war ja alles Unsinn, was die Dichter und Philosophen daherredeten, von Moral, von Ethik und Charakterfestigkeit, von Idealismus und weiß Gott, was für guten Eigenschaften. Diese Eigenschaften waren letzten Endes alle untergeordnet. Das Geld machte sie oder löschte sie aus. Der Mensch hatte da etwas erfunden, dem er sich mit der Zeit unweigerlich mit Haut und Haaren auslieferte. Hatte er kein Geld, so war er ein Nichts. Besaß er eins oder verdiente er gut, dann konnte er leicht gut und menschlich sein.